Hallo, eine weitere App, die es nun bei Gnome 3 gibt, das ist die Uhren-App, zu finden unter Aktivitäten, Anwendung, Anzeigen und einfach auf Uhren klicken. Hier werden verschiedene Uhren für verschiedene Orte angezeigt. Man kann auch neue Orte hinzufügen. Dann gibt es die Funktion Alarm, ebenso noch gibt es die Funktion Stoppuhr und zuletzt gibt es dann noch die Funktion Timer. Im D-Conv-Editor findet man die Einstellungen zu der App unter Org, Gnome und Clocks. Ciao und viel Glück!